Wir befinden uns hier in unserer Minothek Pomaria. Sie ist 2005 errichtet worden, in einem alten Minzehaus von ca. 1750 errichtet. Und wir haben mit dieser Baumaßnahme auch mehrfach einen Architekturpreis verliehen bekommen. Dadurch, weil wir sehr ortstypisch gebaut haben, auch mit ortstypischen Steinen wie Basaltlava und Bruchsteinen, auch ein wunderschöner Außenbereich. Und wir wollten einfach unseren Gästen für ein gutes Produkt auch eine gute Darstellung bieten. Und das ist uns hier sehr gelungen und unsere Gäste fühlen sich sehr gut hier.